Begleiten Sie Bernd Speyer auf eine musikalische Zeitreise. Zurück in die Schlagerzeiten der 60er, 70er und 80er Jahre und feiern Sie mit ihm die musikalischen Schlagerhits dieser guten alten Zeit. Ob beispielsweise Harald Junkke, Peter Alexander, Roland Kaiser, Matthias Reim oder natürlich auch Udo Jürgens. All diese Lieder und Interpreten stehen für deutschsprachige Schlagerklassiker, die Sie auch heute noch kennen. Und Piers oder Langschuh, alt oder nichts, blick ich mir und frag zu, oder komm ich vor Gericht? Bring doch keine mit, stell die Schnitte so an, du stößt hier die ganze Zicke. Swimming, rockig, mitreißend, nachdenklich, gefühlvoll, locker, frisch und heiter. So präsentiert Bernd Speyer seine immer unterhaltsame Achterbahnfahrt von gefühlvoller und mitreißender Musik. Ob als Solosänger, mit Highplaybacks und Live-Piano oder mit Band oder sogar mit Showgirls, ist die Bernd Speyer Schlager Revue Show ideal für alle Veranstaltungen. Ob Privat- oder Firmen-Events. Jetzt Bernd Speyer mit seiner Schlager Revue für Ihre Veranstaltungen und Events bei der Künstleragentur und Künstlervermittlung von Yes Booking buchen. Viel Spaß!